heile das noch million und wie gesagt wird dann auch trainieren ansonsten wenn ich es nicht bis nächste woche schaffe dann halt in zwei wochen den part anschauen aber glückwunsch wollte wurde gefangen ditto ein fehler ist so new es ist ein ditto bin ich jetzt blöd das ist hier falsch das war doch im milieu und kein ditto kann mir das mal einer bitte erklären war auch sehr gut mit doppel farblos energie spielen ich hoffe es wird gut es wird auch wieder eine wall und wieder eine von der wm der karte ist es cool schweiz sommer aber den habe ich leider schon schade den müssen verkaufen ich will mal gucken wie viel der noch wert ist und es ist ein workout wir haben jetzt noch ja mega seit in der mitte ich hoffe das wird gut 35k pack mega set kann doch nur gut werden ok was ist hier los was ist hier los warum gibt es keine wahl zu mir ich habe ein fifa geschrottet ich habe mein fifa geschrottet ist kaputt team of the season gibt es ohne keine wall auch mann drei karten und keine animation das ist einfach zu heftig geil geil ich sagte da kommt das antwort raus und es wird ein z m von russland volumen der sieht doch nicht schlecht aus sieht doch spielbar aus geil hätte ich nicht mit gerechnet ich sag doch da kommt was raus geil und sogar noch ein walk-out pokéball ich werde auch irgendwelche bälle irgendwann wird schon drin bleiben und dann erstmal neue bälle kaufen dass ihr ein paar neue kriegen von jedem stück oder so es will mich doch verarschen es will mich doch verarschen in pokéball bleibt es drin oder was danach wird es mit einer nana bären und hyperball gefangen falls es wirklich klappt bitte nicht vermasseln ok yes geschafft danke endlich endlich sehr schick und es bleibt drin es bleibt drin perfekt super gelaufen so habe ich das vorgestellt mein interior ist es gerade richtig gut und bewertung weil es muss ein guter sein es muss ein guter sein kp ok schade kein hundertprozentiger aber immerhin ein guter bingo das ist halt so dass man dieses latios prisma latias prisma schon sieht am rand mein deck ist sehr stark wie ich finde wenn ich die richtigen karten zum richtigen zeit ziehe relax solar kosten krass wie gesagt die bleiben auf jeden fall drin dann würde ich gerne noch garguran halt reinkriegen halt ja und so weiter und so fort ihr wisst bescheid besiegt letztes wenn er was eine gewesen ok alle preise gewonnen entscheidung zwei preise hat er noch übrig und somit kriege ich jetzt die dritte medaille das war ein spannendes durch hier das ist für dich genau und jetzt schauen wir mal was wir für ein klub als nächstes nehmen und 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 gxpul panty moss aber ich glaub das ist geil gxpul panty moss cool dann hat das ja doch noch was gebracht dieses opening sehr cool ob ich noch irgendetwas cooles krieg hier kommt auch wieder eine wall raus ist auch sehr gut super es wird wie ewig nicht robben oder wird's robben es wird jetzt endlich endlich robben gezogen immer getrollt und da kommt der walk out von robben endlich robben gezogen danke 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 ihr gönnt mir echt ihr gönnt mir robben sehr cool endlich robben gegönnt danke danke EA ja ich hatte keine hoffnung aber ich hab mich sowas von gefreut jetzt noch ok es ist zwar sinnlos sich zu freuen jetzt noch aber trotzdem es ist einfach krass robben ok feuerwerk zu ende gucken wir was noch in dem pack drin ist und wir haben ja noch 50 kpk also von daher es kann noch besser werden deswegen brauche ich noch ein paar coins für die letzten videos und dann wie gesagt richtig schön auf fifa 19 freuen und da kommt eine wall aus dem 5k pack und es wird es wird doch nicht ernsthaft was ist das für ein 5k pack was ist das für ein 5k pack oh mein gott 86er miranda aus dem 5k pack es ist das heftig es ist eines der besten 5k packs ich weiß wenn ich ein besseres hatte oh mein gott krass was ist da noch drin und jetzt ist da noch ein info hinter ok das wäre zu krass